Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn es draussen so richtig kalt ist, dann schätzen wir doch jetzt so eine richtig heisse Tasse Bohnenkaffee besonders. Und erst recht, wenn man weiss, dass jetzt alle Coop Bohnenkaffee enorm günstig sind. Aber auch die drei feinen Biskui-Sorten gibt es bei Coop zu Aktionspreisen. Achtet Sie auf Plakate an der Coop Schaufrester und profitieren Sie jetzt von der grossen Coop Bohnenkaffee und Biskui-Aktion. Garantiert röstfrisch. Das ist ein Qualitätsversprechen, das Coop Kaffeespezialisten täglich aufs Neue beweisen, weil sie selber höchste Qualitätsanforderungen stellen. Darum kauft Coop nur die besten Kaffeesorten ein. Und zwar in Guatemala, Costa Rica, Brasilien und in Kenia. Das klingt so schön nach Ferien und bringt uns höchsten Kaffeegenuss. Und die Kaffeespezialisten von Coop wachen sorgfältig darüber, dass das auch immer so bleibt. Ich habe hier noch eine erfreuliche Mitteilung für alle Liebhaber von koffeinfreiem Kaffee. Als einziges Unternehmen in der Schweiz ist es gelungen, einen Bohnenkaffee anzubieten, dem das Koffein auf ganz natürliche Art und erst noch schonender entzogen worden ist. Sie merken es auch beim Geschmack. Der neue, koffeinfreie Bonsoir-Bohnenkaffee ist jetzt noch viel aromatischer und von einem koffeinhaltigen Bohnenkaffee schon gar nicht mehr zu unterscheiden. Und jetzt zum Schluss ein guter Tipp, wie Sie eine Kaffeecreme einmal anders machen können. Also, Sie nehmen eine Portion Schlagrahm, geben eine Portion Kaffeerahm dazu und gut verrühren. Dann geben Sie den Cremerahm über einen umgekehrten Löffel in den Kaffee, bis die ganze Oberfläche bedeckt ist. Das Resultat, der Kaffee bleibt Ihnen bis zum letzten Schluck schön heiss. Und der hocharomatische Koffe-Kaffee vermischt sich erst beim Trinken mit einem herrlich kühlen Rahm. So, das wäre es gewesen für heute. Auf Wiedersehen miteinander, bis am nächsten Mittwoch. Um die gleiche Zeit. Und vergessen Sie nicht, jetzt ist Grossaktion bei Koffe von Bohnenkaffee und Biskuit. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Koffe zwei Bechen Koffe-Joghurt. Natur statt 80 Krabben nur 60 Krabben und mit Früchten statt im Franken 10 nur 90 Krabben. Und preisgünstige Angebote für Hunde und Katzen. Eine Dose Pal statt 1,45 Krabben nur 20 Krabben. Eine Dose Viskas mit Leber statt 1,45 Krabben nur 20 Krabben. Eine Dose Matzinger statt 1,50 Krabben nur 1,15 Krabben. Und zwei Dosen Katzenton statt 1,50 Krabben nur 20 Krabben. 500 Gramm Bullen Oberschenkel, tiefgekühlt, kostet statt 4,90 Krabben nur 3,90 Krabben. Und 300 Gramm Bullen Brustfilet geschnetzelt statt 3,90 Krabben nur 3,20 Krabben. Ein Beutel frisches Backbrötchen statt 1,70 Krabben nur 1,30 Krabben. Und zwei Gläser Midi-Gurken statt 2,90 Krabben nur 2,30 Krabben. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag kostet ein Kilogramm Bananen nur 1,10 Krabben. Zwei Liter Happy Day Orangensaft statt 2,40 Krabben nur 1,70 Krabben. Alle die Aktionen ab morgen in allen Goblädern. Auf Wiedersehen!